Die schönen Ausstellfenster. Wer hat denn heute sowas? Hahaha! Verdammtisch! Ah, Trauben. Uwe, das ist so eine Rarität. Klapp mal ein. Kannst einfach einklappen, das ist schlimm. Ja, aber die Manny wird mir nachmachen und den wegstellen. Den kann ich reinklappen, fertig, schön. Und oben geht's wieder raus. Abba! Dann ist dieses Rätsel damals. Dann konntest du hier drehen, dann hast du ihn rausgeholt. Das ganze Auto ist eine Rarität, Peter, ist was Feines. Ach, hier. Was ist das? Das kriegt hier schön. Ach so. Nicht, was du gerade gemacht hast. Nein, 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 Peter, Peter. Ein Duft. Ein Duft! Ein Duft aus Weitere. Ja, Peter, dein Duft war ja, ja, Peter, du mit deinem Duft. Fantastisch! Müssen wir jetzt aussteigen, Peter, bei den Duft. Mal den Koffer rum angucken nachher. Ah, halt mal fest, Uwe. Ach, herrlich, herrlich. Komm, wir gehen mal raus. Wir gehen alle raus. Ja, mal gucken, ja. Komm raus, Uwe, geh raus. Ja, ich geh doch raus. Ah, ich bin draußen. Geh raus. Geh raus, ich bin draußen. Ja, ich bin draußen. Ja, ich bin draußen. Ja, ich bin draußen.